Ich würde mir doch keinen ordnen. Oh mein Gott, bin ich kacke! Okay, jetzt komm ich mal raus. Wir haben lieber im Dino Land gelandet. Aber da können wir jetzt vielleicht hin, oder? Kann Tobi ein bisschen in den Schwand loben? Wir kennen uns aus dort. Hast du die mit Absicht auf den Gleisen positioniert, Johnny? Weil da kommt grad der scheiß Zug. Das macht nix. Immer vor der wir jetzt unseren Pickup kaputt machen. Oder wenn wir beim Hof liegen am Zug hängen bleiben. Wie weit kann ich denn sparen? Oh, ne, guck mal. Guck! 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 Der Zug hat wirklich weggenommen. Ja, dann fahren wir wohl doch zu. Wow! Alter! Er schiebt ihn einfach mit! Oh mein Gott! Was ein Waze! Gefallen! Er ist gut low! Gut low! Ich denke, das sollte reichen. Nice nades, Jan! Danke! Was war das? Was ist das denn? Er ist mit dem Auto raus. Er hatte Gehug dabei. Er hat den gekehlt. Hehehehe. Hehehehe. Hehehe. 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 Hehehehe. Hehehe. Was ist das? Das Gitter! Das Gitter war weg! Oh mein Gott! Ich hasse mich! Boah, das Robin. Robin, das ist echt. Bei blau ist auch noch eine gelandet. Ja, ich weiß. Das sieht sein, Jan. Das hat keinen Sinn. Einen guten Simplight! Hör'n riech'n riech'n! Komme, das ist ein Schuss! Ja! Ha! Die manche anerzeigen sich nicht mehr. Nein! Hör'n riech'n riech'n coolen Simplight-Move machen, aber das geht nicht. Schwach. Robin hieß ein 3er weißt du? Wo? Ja! Nimm mich! Oh! Oh! Allein gefunden! Oh, Robin, knappe! Wir haben ein Medikit! Gut, dass du ein 3er weißt hast! Wo war der? Kannst du merken? Ich hab keine Ahnung, irgendwo von dort, wo die Schüsse kamen. Ah, da wo die Schüsse kamen! Richtung Osten! Richtung Osten! Danke für den Dankeschön! Einer ist hier gegenüber, glaube ich, im Haus. Gib mir ein Medikit! Ich lass dich nicht raus, bevor du mir ein Medikit gibt! Danke! Ja, bei Geld ist jemand drin! Also mit Vollgas durchs Wasser durch? Kommt nicht drauf! Oh, noch die Kante! Ja! Nice! Und wer das nicht kann? Und? Fangen wir aber mit einem schönen Sprung! Hopfen! Let's gooo! Und abgesagt! Oh, nein, nein! Er lebt! Okay, er lebt! Ich hab die Gruppe drin! Gegen Botschaum spielt er, das ist auch die Ungrosse. Bei mir hat man das Gefühl, ich spiele schon seit... Oh mein Gott! Was?! Ich bin gerade mit dem... Mit dem Ball bin ich gerade die Stegen hochgeslided. Auf dem Ball quasi... Äh... Drauf gewesen. Mega schnell vorwärts habe ich mich zurückgelegt. Clip it! Clip it! Clip it! Clip it and shake! Jaaa... Jetzt du die Richtung hab ich vor kurzem auf die andere. Return to play area! Was? Ah! Das ist der rote Rahmen, Tobi! Ja... Wir müssen hier am Rand bleiben. Hinter uns am Hügel kommt auch noch jemand. Und nimm den Pico-Bus ausdecken. Ja, okay. Kommen wir mit. Return to play area! Sind wir mal auf die nächste Zone gespannt? Hahahaha! Okay, ich chill jetzt einfach mal. Also, die Zone fickt nachher jeden. Also, wenn ihr genug Heilzeug habt... Oh, die pushen! Ich glaube, die haben Angst, dass ihr zu viel Heilzeug habt. Ganz komische Zone! Ja... Also... Was glaube ich? Ja, ne, nicht bei der Geschwindigkeit. Die ist mega mies, wenn jemand abzielt. Jetzt sind wir tot. Nein, nicht, wenn ich fahre. Jan, seid nur ihr tot! Hier sind vor allem Spikes mega mies. Mhm... Hätte ich auch gerne. Oh, fuck you! Noch einer! Ey, die haben da echt... Nicht, wenn ich fahre! Der ist in Gefahr, ne? Der ist in Gefahr, ne? Und der wurde ausgenockt, kümmerweise auch, ne? Das Auto nehmen wir mal. Ich hab's ja jetzt ne Panzerwaffe. Dankeschön! Ach, du nimmst das! Ah! Meichl, damit wir zwei haben, du Nase! Ja! Ich dachte, du wirst auf eins wechseln mit nem Kofferraum. Ne, schon gut, dass du wär jetzt eh zu schwingen bist. So, Jan, kommst du noch oder müssen wir nochmal hinkommen eigentlich? Oh mein Gott! Ja, du fährst doch schon, oder? Also, müssen wir jetzt nochmal hinkommen, oder nicht? Nein! Danke für die Info! Extra umzugehen! Ja, du kannst der Straße folgen! Kann ich? Ja, ja! Boah! Wie hat's ein Pante gerade gesagt? Ja, der ist voll blind einfach drauf zugelaufen! Der darf wahrscheinlich sein Maid sitzen mit! Ja, 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 ja! Oh! 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 Der ist auch. Weiß ich nicht! Uh, nice! Z war ja crap, der ist doch gar nicht da! Oh, guck mal Robin Hast du das auch gemacht? Ist aber witzig Hier durchzusehen, ja, ja Hier ist noch einer, oder? Niiiice Sehr gut, Jan Sehr gut, Jan, du hast einen getötet Ja, wir dürfen ein bisschen schauen, dass wir sehen, wenn sie kommen Oh nein, der Chip ist da Schuh? Lass mich auch fahren Wo ist er gelandet? Ah, ist er durch die Zone geknackt? Ah, ah Oh, wir sind Bluechip am Bretzen nochmal Ja, das ist bestimmt Hahaha